Vorhang auf für den grossen Auftritt der Zweitliga-Interregio-Fussballer aus Eschenbach. Der Schweizer Meister aus Basel, zu Gast auf dem Sportplatz Weyerhaus. Von diesem Spiel haben sie in Eschenbach seit Wochen geträumt. Der Aussenseiter hatte sich einiges vorgenommen. Entsprechend mutig legte die Heimmannschaft los. Grossen Respekt schienen die Eschenbacher nicht zu haben. Der 17-jährige Dominik Hölschi sorgte mit seinem frechen Abschluss schon einmal für gute Stimmung. Der FCB hatte zu Beginn Mühe mit dem holprigen Platz. Der Superligist kam trotzdem zu Chancen und nach diesem Eckball auch schon zum 1 zu 0. Der Nordkoreaner Gwang Ryong-Pak markierte seinen ersten Pflichtspieltreffer für den FC Basel. Der Favorit lag bereits nach elf Minuten auf Kurs. Allen guten Vorsätzen zum Trotz, die tapferen Eschenbacher liefen bereits einem Rückstand hinterher. Und der FCB machte keine Gestalt, hier irgendwelche Geschenke zu verteilen. Andrist mit einer weiteren Möglichkeit. Die Offensivszenen des Underdogs blieben dünn gesät, aber es gab sie. Thomas Schäfer wirbelte los. Vor kurzem hatte er in der Meisterschaft einen Hattrick erzielt. Hier hätte es Freistoß gebeten. Der Pfiff blieb jedoch aus. Die Basler Mannschaft im Vergleich zur Champions League auf zehn Positionen verändert. Die FCB-B-Mannschaft nahm die Aufgabe weiterhin ernst. Suha, der Ball drin, aber der Treffer zählte nicht. Der Schiedsrichter hatte eine Abseitsposition gesehen. Etwas mehr als eine halbe Stunde vorbei. Basel überlegen aber nach wie vor nur mit einer Miniführung. Dann Pack 0 zu 2. Die Luft für eine Klöpp-Sensation wurde merklich dünner. Pack, perfekt eingesetzt von Scott Schieperfield, konnte sich als Doppeltorschütze auszeichnen. Für FCB-Torwart Martin Amhof wurde die Partie immer ungemütlicher. In der 44. Minute hatte er Suha im Strafraum zu Fall gebracht. Penalty, der Entscheid war sicher vertretbar. Suha, der gefaulte, nahm gleich selber Mass. Der dritte Basler Treffer praktisch mit dem Pausenpfiff. Nach 45 Minuten war die Sache so gut wie geritzt für den Favoriten. 0 zu 3, das entsprach den Erwartungen. FCB-Trainer Thorsten Fink konnte es sich leisten, seinen Stars Shaqiri, Huckel oder Streller ein freies Wochenende zu gönnen. Schön für die Fans, dass wenigstens Champions League-Torschütze Fabian Frey Zeit für sie fand. Rein in die zweite Halbzeit, die tapferen Eschenbacher kämpften verbissen um eine Ehrenmeldung. Kevin Frank hätte sich tatsächlich beinahe als Torschütze feiern lassen können. FCE-Trainer Portmann durfte stolz sein, sein Team zeigte eine sehr ansprechende Leistung. Und dann kam die 64. Minute und dieser Angriff der Eschenbacher. Kevin Frank, Kolomba, echt gefordert, Schäfer setzt nach, aber der Ehrentreffer wollte nicht sein. Die 3.700 Zuschauer waren trotzdem begeistert. Die Gäste nahmen es in dieser Phase ziemlich gemütlich. Schipper fehlt und Andrist gehörte beim FC Basel noch zu den Aktiveren. Der FCB hatte nach dem Seitenwechsel den Energiesparmodus eingelegt, nur ganz selten ging es noch zügig nach vorne. Andrist auf Chipperfield der Australier grönte sein Comeback nach der langen Verletzungspause mit dem 4 zu 0 in der 71. Minute. Auch bei diesem Gegentreffer gab es für den Eschenbacher Schlussmann nichts zu halten. 4 zu 0, dann war das Köpfest vorbei. Der FC Basel kam ohne grossen Aufwand zu einem lockeren Sieg, aber eigentlich gab es heute in Eschenbach nur Sieger. Auch der Underdog durfte zufrieden sein. Die Eschenbacher haben sich ehrenvoll aus dem Köpf verabschiedet.